Es ist die gleiche Basis. Es ist die gleiche Art, um ein Hummer bis zu kommen. Es ist die gleiche Art, um einen Hummer zu poschieren, zu präsentieren, um die ganzen Zutaten genau gleich zu nehmen. Ich mag Hummer. Hummer bisk und alles, was Hummer rundherum isst. Das ist der Meergeschmack, der Korei-Geschmack, der Fuschentiergeschmack. Ich mag das. Und ich wollte so quasi etwas mit Teigwaren machen, weil ich weiß, ich mag Teigwaren. Das ist super. Und mit dem Hummer passt es super. Und deswegen habe ich quasi so überlegt, ja warum nicht? Teigwaren gibt es überall, einfach zu kochen zu kochen. Hummer, Hummersauce, Gemüse. Das war super für die Jahreszeiten im Winter. Es ist nicht kompliziert. Es ist ja fast, wie du. Kochen ist einfach.